Hallo und herzlich willkommen hier aus der OSB-Werkstatt. Mein Name ist Sascha. Ja und in diesem Video geht es weiter mit dem Thema Werkstattmöbel. Ich brauche einen Schraubenschrank, beziehungsweise, naja, das wird so French-Glied-mäßig, wird ein French-Glied-Halter, wo die ganzen Schrauben dann drin sind. Ich habe die hier so aufgestapelt, naja, das ist aber irgendwie so ein bisschen suboptimal gelöst, sage ich jetzt einfach mal, ich will unten zwei Reihen haben mit solchen Kästen, allerdings habe ich welche bestellt, die geschlossen sind, die sind noch unterwegs, die kommen, aber da kommen dann sowas rein wie die Lamellodübel oder auch die ganz normalen Runddübel, die lagere ich da unten und auch, ich glaube, ein paar Standardschrauben, hier M8er und so weiter, will ich da auch mit reinpacken. Ja, da drüber kommen dann die Schrauben, ja, und das bauen wir jetzt. Wenn du sehen willst, wie ich das baue, dann bleib dran, wir starten jetzt. Der eine oder andere zeichnet auf dem Blatt Papier, ich zeichne auf dem iPad. Hier siehst du schon mal, hier unten kommen die M6, M8, M10er Schrauben hin, die Flachdübel und hier die Holzdübel und hier an der Seite kommen dann auch ein bisschen die Pocket Holes rein, die gibt es ja auch in den unterschiedlichen Schrauben. Stapelkisten sind 100 mal 155 mal 70, naja, und die kommen ungefähr auf das Gleiche wie die Tausender Schraubenkisten, insofern passt das eigentlich ganz gut. Ja, also es wird vier Stück nebeneinander geben, dann haben wir hier den unteren Bereich mit den Stapelkisten und darüber kommen dann 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen mit Schrauben. So, ausgerechnet habe ich jetzt hier 90 Höhe und 41 Breite. Der Plan steht, jetzt fangen wir an, schneiden uns mal die Dinge zusammen, ja, und dann gucken wir mal, dass wir das zusammenklüppeln. Die Bretter sind jetzt mal geschnitten und jetzt werde ich die Sachen mal so ein bisschen zusammenlegen und mir das Ganze mal anschauen, weil, naja, ich gehöre auch zu der Kategorie, die gerne mal die Dinge messen, klappt manchmal irgendwie nicht, warum auch immer. Deswegen legen wir uns die Sachen jetzt hier einfach mal hin und schauen mal, wie das Ganze denn so aussieht. Oha, ah, kacke, ah, das ist der Nachteil bei USB, da kriegst du ruckzuck mal einen Spricel rein. So, ja, guck mal, 16,5 geht genauso. Ich wollte eigentlich nicht, dass es übersteht, aber 16,5 passt. Jetzt nehmen wir noch mal eine etwas längere Spacks hier. Spacks ist nicht ganz so lang wie die Jetfast Schrauben. So, so sieht das dann aus. Ja, und die passen auch so einigermaßen. Genau, so hatte ich mir das gedacht. Und damit das dann auch einigermaßen locker ist, genau, nicht ganz eng, so, dass man sich da auch drin bewegen kann, die Teile, passt das. So, wenn ich mir das aber von den Höhen her so angucke, dann, glaube ich, ja, sollte ich da auf alle Fälle mal so ein bisschen Platz dazwischen lassen. Legen wir mal den da hin, damit man da auch richtig gescheit rankommt, ne. So, und auch reinfassen kann. Ja, ich glaube, ich lasse da zwei Zentimeter Luft dazwischen. So kann man wunderbar ran. Rechts und links kann ich es hin und her schieben, dass ich da rankomme. Auch dazwischen, das passt. Rechts und links ist schon gut, aber von der Höhe machen wir das, glaube ich, etwas anders. So. So, messen wir mal, was wir jetzt hier haben. Wir haben hier eine Höhe von Messen will auch gelernt sein. 10,5. 10,5 in der Höhe. Und jetzt ist die Frage, ob das sich ausgeht mit meinem Brett. Ich habe das noch nicht final geschnitten, weil ich nämlich genau wusste, vielleicht passe ich das nochmal an. Ich muss jetzt erst mal mir hier noch ein paar kreative Gedanken machen. Die unteren Fächer hier mit den Dingern, die mache ich kleiner. Ja, und dann kommen die anderen. Und da muss ich mir jetzt erst mal noch ein paar kreative Gedanken machen. So, inzwischen sind alle Böden drin, alle Einlageböden fest verschraubt. Ja, und wenn ich mir das Ganze jetzt so angucke, sieht das hier unten sogar richtig gut aus, wenn das Regal steht. Ursprünglich war ja geplant, dass ich das jetzt hier hinterher noch wegschneide und dann als French Lead aufhänge. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Das Regal kommt so erst mal da in die Ecke auf die Werkbank oder auf die Werkzeugwand, neben die French Lead Wand. Ich glaube, ich stelle das erst mal hin. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann sind zwar jetzt die Einteilung für die Stapelboxen oben, ist aber auch nicht weiter schlimm. Erst mal kommt jetzt dann nur noch die Rückwand dran. Ja, und wenn ich das tatsächlich später dann doch noch mal aufhängen möchte, kein Problem, kann man ja unten das wieder absägen, French Lead Leiste dran. Ja, und dann kann ich sie auch entsprechend als French Lead aufhängen. Erst mal lasse ich das so, bleibt so. So ist das manchmal, wenn man was baut und stellt dann während des Baus fest, dass man dann doch das eine oder andere anders macht. Okay, was uns jetzt noch fehlt, ist erst mal die Rückwand. Die werden wir jetzt auch zusägen. Ich war in der Zwischenzeit auch im Baumarkt, habe ein bisschen Material besorgt. Ich hatte nämlich kein 12mm USB mehr. Jetzt habe ich das auch. Das sägen wir uns jetzt zu, schrauben das hinten drauf. Ja, und dann können wir auch schon einräumen. Und machen das auch drei Zentimeter nach innen versetzt. Und dann sieht das tatsächlich ein bisschen mehr nach Möbel aus und vor allen Dingen auch wie geplant. Wobei das natürlich alles andere als geplant war. So, Platte ist da. Jetzt müssen wir die drauf schrauben. Ich will natürlich auch hier in der Mitte noch ein paar Schrauben machen, deswegen werde ich mir gleich die Mitte nochmal anzeichnen, entsprechend verlängern, sodass ich dann auch auf der Platte die Mitte habe. Jetzt schleife ich hier nochmal meine Markierungen weg. Und dann können wir einräumen. So, es wird Zeit einzuräumen. Das Schraubenregal ist fertig. Fertig einsortiert. Und ich finde, das passt da richtig, richtig gut hin, wo es jetzt steht. Und ja, ich habe jetzt alle Schrauben, die ich so brauche im Zugriff. Angefangen von den kleinen bis hin zu den großen, wobei die brauche ich allerdings relativ selten bis gar nicht. 5 x 120, 6 x 140 oder 6 x 160. Ja, eher weniger. Eigentlich bin ich hier so in dem Bereich unterwegs. Die kleinen braucht man durchaus hier bis 4 x 40. Das ist eigentlich so meine Standardschraube, die 4 x 40. Ja, und ich habe vor allen Dingen bei meinen ganzen Schrauben ist es in der Regel so, dass ich eigentlich 4 x immer benutze. Warum ich die 4 x benutze? Na ja, da kann ich nur ein einziges oder brauche ich nur einen einzigen Bit, nämlich immer den T20. Man sieht das an dem orangenen Thema hier bei den Spacksschrauben. Die sind immer T20. Na ja, und das spart mir natürlich das Wechseln, das Permanente. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 3,5 x 16 nehmen würde, dann habe ich wieder die Situation, dass ich, ja, wieder, ich glaube, ein Kleider hat, glaube ich, einen T10 dann antrieb. Insofern habe ich extra darauf geachtet, dass ich meine Schrauben so wähle, ja, dass ich nur eine, ein Bit habe. Die Schrauben von Jetfast funktionieren genauso. Die kann ich auch mit dem Bit vom Spacks benutzen. Allerdings gibt es für diese Schrauben auch noch spezielle Bits und das macht manchmal tatsächlich auch Sinn. Ich habe die, nutze sie auch gelegentlich. Also, ja, ich habe hier meine Bits drin in der untersten Kiste. Schön mit Deckel. Und hier sind auch die von Jetfast drin. Aber in der Regel brauche ich hier die T20 von Spacks. Und die habe ich auch in der etwas größeren Version hier. Das sind die, steht da drauf, 50 mm. Genau, die sind etwas länger. Kann man das sehen? Ich glaube schon, ne? Was bin ich dagegen gekommen? So, nee, so rum. Kann man das sehen? Ja, sollte man sehen. Die etwas längere Version, damit komme ich eigentlich fast überall hin, wo ich hinkommen muss. So, alles beschriftet. Hier sind die Lamellos, alle Kästen geschlossen, damit sie nicht einstauben. Alle vernünftig beschriftet. Ja, so wie das sein soll, denke ich. Mir gefällt es. Jetzt würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Was sagst du zu meinem Schraubregal? Was würdest du anders machen? Und ja, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Und wenn dir das Video gefallen hat, bitte auch gerne einen Like. Und ansonsten, bleib dran, abonnier den Kanal, denn auch hier wird es künftig ganz, ganz viele Projekte noch geben. Ich bin ja noch mitten im Aufbau dieser Werkstatt. Also lohnt sich, ein Abo garantiert. Macht das. Wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. 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 Tschüss.